Struppi, sieh dir das an. Die Einhorn. Das ist ein ganz besonderes Exemplar. Das schönste Schiff, das je die sieben Weltmeere durchkreuzt hat. Was kostet das Schiff? Ich verkaufe es nicht. Sie begeben sich gerade in sehr gefährliches Fahrwasser. Irgendwas ist auf diesem Schiff passiert. Was wirkst du nur für ein Geheimnis? Was ist denn das? In dem Modell ist ein Hinweis versteckt. Auf einen der größten Schätze der Menschheit. Gut gemacht, Struppi. Wollen Sie das jetzt als Beweisstück sicherstellen? Keine Angst, Herr Tim. Bei uns ist das Beweisstück sicher. Schulze, wo steckst du? Oh, ich bin schon vorgegangen. Beeil dich. Er hat keine Ahnung, was ihn da erwartet. Sie kennen den Wert des Pergaments. Ich werde es finden, egal ob mit oder ohne Ihre Hilfe. Danke. Ich heiße übrigens Tim. Haddock. Archibald Haddock. Findet sie, findet sie beide. Hände hoch! Sie wissen schon, was sie da tun, oder? Ganz ruhig, ich hab mal einen Piloten interviewt. Ich schwöre, ich finde diesen Schatz vor ihm. Was machen Sie da? Ein kleines Feuerchen. In einem Boot? Das ist ja ein schöner Schlamassel. Niemand klaut mir mein Schiff. Das klingt vielleicht verrückt, aber ich hab einen Plan. Rausachig. Land! Wir sind noch nicht da. Nein! Land! Haben Sie was getroffen? Ach, Herr Jee. Festhalten, Tim! Wir können nicht umkehren. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Untertitelung des ZDF, 2020